Der HSV bereitet sich auf die Mission Wiederaufstieg vor und das zum erneuten Male und sie haben am Samstag einen Neuzugang vorgestellt, der damit helfen soll, dieses Ziel zu erreichen, nämlich den sehr talentierten Immanuel Ferrai von Eintracht Braunschweig, den sie an die Elbe geholt haben. Ob Ferrai dem HSV helfen kann und generell wie die Saison für den HSV ausschauen könnte, besprechen wir alles in diesem Video und falls euch meine Videos gefallen, gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch den Kanal abonnieren, würde mich sehr freuen und schreibt mal gleich eure erste Meinung, Einschätzung, Emotion zu Ferrai in die Kommentare rein. Aber zurück zum Start, der HSV hat am Samstag bekannt gegeben, dass sie Immanuel Ferrai vom Liga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig offiziell verpflichtet haben, da gab es schon ordentlich Gerüchte die Tage davor, dass er eben kommen soll und nun wurde es offiziell bestätigt. Der 22-jährige Holländer unterschreibt einen Vertrag bis 2027 und soll laut dem Hamburger Abendblatt für eine Ablöse von 750.000 Euro gekommen sein, das ist eine Ausstiegsklausel, die für zweite Bundesligisten zählt, für Bundesligisten wäre es nochmal ein bisschen teurer geworden, da hätte er so zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro gekostet. Der Transfer von Ferrai zum HSV steht sicherlich auch in direkter Verbindung mit dem Abgang von Sonny Kittel, der vor ein paar Tagen verabschiedet worden war und eben auch diese offensive Mittelfeldposition bekleidet hat, war natürlich auch schon jetzt länger beim HSV, deswegen auch ein emotionaler Abschied für ihn hier, aber sein Vertrag ist nun mal ausgelaufen und jetzt holt man mit dem 20-jährigen Ferrai einen deutlich jüngeren Spieler, mit dem man auch ordentlich noch Potenzial hat, ihn zu entwickeln, deswegen hier auch eine interessante Rochale beim HSV. Kommen wir mal zum Spieler Emanuel Ferrai, der ist 22 Jahre alt, er wurde in Amsterdam geboren, ist aus den Niederlanden klarerweise, ist 1,75 groß, seine bevorzugte Position ist das offensive Mittelfeld, kann aber auch auf die Flügel ausweichen, er ist ehemaliger Nationalspieler der U19 von den Niederlanden und hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Der Direktor Profifußball beim HSV, Klaus Koster, beschreibt Ferrai folgendermaßen, Emanuel ist ein echter Straßenfußballer, der offensiv sehr mutig und zielstrebig agiert. Das beschreibt den Niederlander meiner Meinung nach perfekt, denn er ist eben dieser technisch versierte offensive Mittelfeldspieler, der vor allem auch ein bisschen zaubern kann auf dem Platz und dementsprechend auch immer wieder für tolle Momente sorgen kann. Bei Eintracht Braunschweig war er der zweitbeste Torjäger und der zweitbeste Vorlagengeber nach Bundesliga-Legende Anthony Utscher. Bei Vorlagen hat er sogar gleich viele gehabt wie Utscher mit 5 und 9 Tore erzielt in seiner Zeit bei Braunschweig und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Eintracht in der 2. Bundesliga geblieben ist. Ferrai kommt aus der Altmaar-Jugend und wechselt dann zum BVB in die Jugend, wo er sich aber nie wirklich in dem Profikader nach vorne kämpfen konnte. 2022 wechselt er dann zu Eintracht Braunschweig ablösefrei, was sich als der richtige Schritt dann herausstellte und dort machte er gleich einen Instant Impact und war einer der besten Spieler in der Saison. Aufgrund seiner Straßenfußballer-Qualitäten ist er sehr agil, sehr trickreich und hat auch einen sehr, sehr guten Abschluss, der vor allem sich in den Abschlüssen und Toren bei Eintracht Braunschweig immer wieder gezeigt hat, mit dem er auch ab und zu wirklich sehr viel Gefahr ausstrahlen konnte und natürlich das 1 gegen 1 ist auch eine große Stärke von ihm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er für Tim Walter auch ein sehr, sehr attraktiver Spieler ist in der Hinsicht, weil er einfach auch ein Spieler ist, der offensiven Fußball lebt. Und wie gesagt, der Walter-Fußball beim HSV ist eben auch dieser ballbesitzorientierte, schöne Fußball. Und da ist Ferrer natürlich auch eben ein passender Fit für den HSV und natürlich auch ein Kittel-Ersatz in der Hinsicht. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass Walter und Ferrer gut zusammenarbeiten könnten. Grundsätzlich ein sehr, sehr guter Deal für den HSV. Man bekommt einen der besten offensiven Mittelfeldspieler der vergangenen Zweitligasaison, der vor allem auch sehr, sehr gute Statistiken aufgelegt hat. Und auch jemand, der halt so eine Kittel auch langfristig ersetzen kann. Aus dem mit 22 Jahren ein Spieler, der natürlich noch ordentlich Wachstumspotenzial hat. Er kommt aus der Dortmund-Jugend, aus der Altmaer-Jugend, hat die nötigen Anlagen. Also jemand, der beim HSV wirklich eine wichtige Rolle einnehmen kann. Trotzdem muss man mal die Pferde im Stall lassen. Ferrer hat nur unter Anführungszeichen bei Eintracht Braunschweig gespielt, kommt zwar aus der Dortmund-Jugend, aus der Altmaer-Jugend, hat aber noch natürlich nicht diesen Profifußball in der Bundesliga gespielt und auch jetzt eher mehr im Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga. Aber er hat das Potenzial, um ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler zu werden. Ich denke, darauf baut der HSV auch. Trotzdem ist die Konkurrenz die sehr, sehr groß in der zweiten Bundesliga mit Schalke, mit Hertha. Und da muss sich der HSV wirklich durchsetzen und wirklich schauen, dass sie es endlich mal schaffen. Denn letzte Saison war meiner Meinung nach die Chance auf jeden Fall sehr groß. Und diese Saison wird es auf jeden Fall nicht einfacher. Trotzdem ein sehr guter Deal. Ich bin sehr überzeugt von diesem Spieler. Was sagt ihr zu Ferrer beim HSV? Gerne zu mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere immer gerne mit und gerne ein Abo dalassen, gerne auch ein Video bewerten. Würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch noch einen spannenden Tag. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.